Küche und Haushalt wird unser Thema sein in den kommenden Minuten, liebe Zuschauer. Und wir laden Sie recht herzlich ein, quasi im übertragenen Sinne Platz zu nehmen an unserer Tafel. Denn Ralf und ich haben uns schon ein richtig schönes Fondue hergerichtet. Und ich denke, dass wahrscheinlich auch bei Ihnen schon seit einigen Tagen die Findungsphase begonnen hat. Was wird eigentlich angerichtet am Heiligen Abend? Am ersten Feiertag, am zweiten Feiertag, an Silvester. Der eine bevorzugt natürlich ein schönes Fondue, der nächste ist eher ein Fan von Raclette. Und beides werden wir Ihnen im Laufe dieser Sendung zeigen. Beginnen fangen wir jetzt mit einem richtig schönen und sehr, sehr praktischen Fondue. Für mich ja ein Klassiker für den Heiligen Abend und das schon seit über 20 Jahren bei uns zu Hause. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde Fondue wirklich schön, weil man sich Zeit nehmen kann zum Essen. Man kann das wirklich zelebrieren, nicht einfach einen Gang hin, fertig essen, Teller leer. Sondern hier kann man stundenlang gemeinsam sitzen und kann wirklich das Essen genießen. Und immer, wenn man mal wieder ein bisschen Hunger hat, wieder ein bisschen nachlegen. Und ich finde also das hier besonders schön. Und was mir hier gefällt, ist dieser Drehteller zum Beispiel. Ich komme also ohne Probleme an alle Soßen, muss ich immer sagen, oh, gib mir mal die Helle, gib mir mal die Mayo, gib mir mal die Knoblauchsoße oder was auch immer. Das ist sehr, sehr schön gelöst hier. Das finde ich absolut fantastisch. Denn ehrlich gesagt ist das bei uns immer so ein bisschen hektik. Das Fondue-Essen an sich, da gebe ich dir vollkommen recht, ist immer eine relativ angenehme Geschichte. Das zieht sich auch gerne bei uns mal über zwei, drei Stunden über so einen Abend. Allerdings bis dann jeder so die Soßen hat, die Kräuterbutter auf dem Teller hat und auch ein paar Gewürze auf dem Teller hat. Das ist dann gerade am Anfang in den ersten zehn Minuten immer etwas hektisch. Und insofern ist das hier wirklich praktisch. Jeder kann sich an diesem Karussell bedienen mit den Soßen, mit den Dips seiner Wahl. Und man kann das wirklich hervorragend von einem Platz zum nächsten weitergeben. Jetzt habe ich gesehen, hast du dir orange und grün genommen. Was haben wir denn noch für Farben übrig? Ja, noch jede Menge. Du kannst rot, gelb, lila oder blau haben. Dann nehme ich gelb und rot. Wir sind ja nur zu zweit. Dann kann rein theoretisch jeder drei Gabeln haben. Aber das ist natürlich für sechs Personen geeignet. Und 22-teiliges Fondue-Set. Und wenn ich bedenke, für meins habe ich damals weit über 100 Euro bezahlt. Und es sieht nicht mal halb so gut aus. Und wenn ich das dann hier sehe, dieses wunderschöne Fondue-Set. Und es funktioniert auch wirklich klasse. Das sieht aber schon gut aus hier, oder? Ein bisschen braucht es noch. Mein Fleisch, dann ist es durch. Wir haben übrigens hier mit Brühe gemacht. Man kann das ja mit Fett oder mit Brühe machen. Wir machen es mit Brühe heute. Aber das ist ja auch flexibel. Wunderbar finde ich auch. Ich kann den Topf jederzeit aufwärmen. Auf jede Art von Herd. Herdplatte einfach drauf machen. Dann muss ich nachher nicht so viel mit dem Kocher unten machen. Dann ist gleich alles heiß und bereit. Und Kasten 34,50 Euro. Also das habe ich jetzt wirklich noch nie gesehen für so ein hochwertiges Fondue-Set. Ganz ehrlich, ich habe viele Fondue-Sets gesehen, auch in jüngerer Zeit. Auch gerade bei den Discountern werden die momentan sehr gerne angeboten. Die liegen preislich alle so zwischen 35 und 50 Euro. Dann kriegst du in der Regel so einen kleinen Pott. Da sind vielleicht auch sechs Gäbelchen mit dabei und eine Heizeinheit drunter. Aber schön sind die alle nicht wirklich. Die mögen irgendwo praktisch sein. Aber bitte, wenn man schon eine schöne Tafel schmückt, wenn man schon seine Lieben am Heiligen Abend um eine festlich geschmückte Tafel versammelt, dann soll es nicht irgendein Fondue-Set sein. Dann soll es bitte auch optisch etwas hermachen. Und Ralf, du hast vollkommen recht. Für 34,50 Euro gibt es in dieser Qualitätsstufe, in dieser Optik vor allen Dingen eigentlich keinen Grund mehr, nicht zuzugreifen. Hochwertigster Edelstahl natürlich. Alle beweglichen Teile sind übrigens auch spülmaschinenfest. Die kleinen Keramikschälchen hier für die Dips sind Spitzenklasse. Und das, was wir hier haben, dieses Karussell, das ist lackiertes MDF-Holz. Also auch kein Kunststoff, sondern richtig hochwertige Materialien. Das sieht hochwertig aus, das ist hochwertig und das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Schön finde ich auch diesen kleinen Schöpflöffel hier für die Soßen. Also ich finde es sehr stilvoll. Und es, du hast recht, es sieht also richtig stilvoll aus. Es gibt richtig was her. Und das für ein kleines Geld. Und wenn Sie vielleicht jetzt auch mal Lust verspüren, Fondue zu essen, in zwei bis drei Tagen wäre dieses wunderbare Set bei Ihnen. Und dann können Sie Heiligabend oder Silvester mal einen richtig schönen Fondue-Abend machen. Und Sie werden merken, da isst man einfach viel, viel gemütlicher. Ist gar nicht so viel vorliegen. Zubereiten, das geht eigentlich relativ schnell mit ein paar Soßen, ein paar Zutaten, was Sie möchten. Vielleicht noch Kartoffeln dazu. Aber das werden Sie wahrscheinlich besser wissen als ich. Aber was ich sicher weiß, dass Sie kein anderes Fondue-Set in dieser Qualität für 34,50 Euro bekommen. Deshalb sage ich Ihnen noch gleich mal, die Bestellnummer, das ist die NC2906 und die 569. Und wie gesagt, den Topf können Sie jederzeit vorheizen auf Induktions, auf Elektro, auf Ceranfeld, egal wo. Passt überall, Gaskocher natürlich auch. Und dann hier draufstellen. Und schon kann die große Esserei losgehen. Apropos Esserei. Ich habe doch da noch ein schönes Stück Fleisch. Wie kriege ich denn hier Salz raus? Lassen wir mal gucken. So. Ah, hier oben drehen einfach. Ne, ich muss drehen hier. Mit diesen Salzstreuern immer so eine Sache für sich. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, wie das Ganze hier schmeckt. Ich habe mir schon ein paar Soßen auf den Teller getan. Das ist ja manchmal beim Fondue wie Puppenküche, oder? Alles immer so klein portioniert. Ich liebe das hier, ehrlich gesagt. Und normalerweise ist es doch immer so, dass die Gastgeberin, sprich die Dame des Hauses, gerade wenn es um den Braten oder sowas geht, dann auch gerne mal drei, vier Stunden in der Küche steht. Dann muss es schnell gehen, damit es auch jahrwarm gegessen wird. Und in einer Viertelstunde ist der ganze Zauber dann auch fast schon wieder vorbei. Dafür haben Sie mehr oder weniger drei oder vier Stunden in der Küche gestanden. Hier sitzen alle schön gemeinsam am Tisch. Hier können alle ihren Gesprächen nachgehen. Hier kann jeder sich genau das nehmen, was er gerne isst. Und das kann eben auch gerne mal über den ganzen Abend verteilt sein. Das ist übrigens häufiger schon vorgekommen, dass wir dann später auch mal nach der Bescherung oder was dann am späten Abend noch Hunger hatten und haben den Topf einfach nochmal angeschmisst und noch ein paar Reste gegessen. Auch das hat zum Teil besser geschmeckt als am Anfang. Es ist einfach diese Gemütlichkeit beim Essen. Da ist kein so Hektik. Man muss nicht alles auf einmal essen. Man kann sich Zeit nehmen, sich nebenher unterhalten. Ja, vielleicht machen die Kinder noch ein paar Gedichte oder ähnliches. Die Bescherung zwischen reinschieben, klar. Und später kann man vielleicht noch ein bisschen weiter essen. Dazu ein schönes Gläschen Wein, zum Wohl. Ja, sehr zum Wohl. Moment, Moment, so. Also ich finde, so sieht ein perfekter Abend aus. Und es muss ja nicht der Heiligabend oder Silvester sein. Das kann man ruhig mal auch unterm Jahr machen, jederzeit. Oh, und die Uhrzeit schon weinen. Na, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber bei Ihrem Essen mit Sicherheit. Und so kann man sich einen gemütlichen, schönen Abend mit zwei Personen, mit drei, vier, fünf, sechs, jetzt, wie Sie wollen, bis zu sechs Personen reicht, dieses Fondue-Set machen. Und hat dann wirklich einen wunderschönen Abend. Und wie gesagt, dieses Fondue-Set für ganz, ganz wenig Geld. 34,50 Euro. Heute unser Perl-TV-Sonderpreis. Die Bestellnummer NC2906 und die 569. Und das schmeckt hervorragend. Genau so muss ein Fondue schmecken. Genau so muss ein Fondue aussehen. Damit punkten Sie natürlich ganz klar am Heiligen Abend. Vielleicht auch am ersten Feiertag, am zweiten Feiertag, am Silvesterabend, an einem Geburtstag im nächsten Jahr. Oder auch einfach mal mit der Familie gemeinsam abends am Tisch sitzen und mal ein schönes Fondue machen. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ist ein Klassiker und für 34,50 Euro für ein Fondue-Set. In dieser Qualitätsanforderung für sechs Personen, glaube ich, da kann man eigentlich nicht mehr Nein sagen. Jetzt brauchen Sie noch die Bestellnummer. Das ist die NC2906 und die 569. Und das, was wir Ihnen jetzt noch zeigen möchten, liebe Zuschauer, das nennt man schlichtweg Zubehör. Denn unser Richo hier, unser Fondue-Topf, wird natürlich auch entsprechend warm gehalten, wird entsprechend heiß gehalten mittels einer Brennpaste. Die kriegen Sie natürlich auch im Einzelhandel. Da kostet Sie in der Regel fast das Doppelte. Hier haben wir ein schönes Dreier-Set für Sie, für gerade mal 4,66 Euro. Jeweils 100 Milliliter. Unsere Brennpaste brennt extrem lange. Haben wir selber schon ausprobiert. Und ist zu haben im Dreier-Set mit der NC2989 und der 569. Kannst du dich noch an die Geschichten mit Spiritus von früher erinnern, Ralf? Oh ja, Brenn-Spiritus. Und dann gab es auch mal ganz böse Unfälle. Und das passiert halt bei dieser Brennpaste auf gar keinen Fall. Sicherheit sollte ja auch vorne stehen. Und dann einfach den Deckel drauf auf das Fondue, dann ist sie wieder außen. Beim nächsten Mal wieder anzünden. Das ist also alles ganz, ganz sicher. Für 4,66 Euro drei Stück. Ja, Sie wissen, wie oft Sie vorhaben. Bestellen Sie doch lieber noch ein zweites Set dazu. Und dann gibt es welche, die stehen nicht nur auf Fondue, sondern manchmal auch auf Raclette. Also ich mag beides. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Das gibt sich bei uns zu Hause die Waage, um ehrlich zu sein. Normalerweise so an Feiertagen, an ganz besonderen Gelegenheiten, wenn die ganze Familie, wenn auch mal zehn Leute am Tisch sitzen, ist das Fondue bei uns angesagt. Wir machen aber auch ehrlich gesagt ganz gerne mal in Jogginghose und Sweatshirt am Wohnzimmertisch, am Sofatisch, ein schönes Raclette und machen uns dabei einfach mal entspannten Film an. Das hier habe ich allerdings so in dieser Form noch nie gesehen. Das passt sich ja nun wirklich den Begebenheiten zu Hause an. Egal, ob du einen eckigen Tisch hast, einen runden oder eine lange Tafel, das Raclette kannst du jederzeit auf deine Bedürfnisse zuschneiden. Ja, und vor allem, ich kann es ja ausklappen. Jetzt haben wir hier so eine Doppelbank im Prinzip und das kann ich aber länglich machen. Dann habe ich also wunderbar Platz über den ganzen Tisch für meinen Raclette. Dann zwei verschiedene Grills. Einmal diesen Grillengrill und dann haben wir noch den heißen Stein. Das passt also auch wunderbar. Da kann ich gut mal einen Schnitzel oder ein Steak obendrauf legen. Und unten habe ich natürlich auch diese schönen Raclette-Pfännchen. Und du riechtest schon. Aber natürlich. Ich werde mir das auch gleich machen. Einfach ein bisschen Raclette. Und Sie wissen wahrscheinlich am besten, wie Sie ihr Raclette mögen. Aber hier haben wir wirklich alles, was wir wollen. Ich kann es zu zweit benutzen. Dann schalte ich einfach nur eine Platte ein. Oder bis zu acht Personen. Dann kann ich es aufklappen. Dann habe ich einen doppelt so langen Raclette-Grill. Und dann kann ich es mir auch zu acht ganz gemütlich machen. Würdest du mir auch einen richten? Ich mache dir auch eins. Wenn du gerade dabei bist, Karsten, das wäre lieb von dir. Das ist ja für bis zu acht Personen hier. Und das Schöne ist, diese Schaber, diese Holzschaber hier, ich gebe dir deinen mal wieder, sind natürlich auch schon mit dabei. Und ich finde das einfach spitzenklasse. Da kann wirklich jeder genau das reinmachen, was er haben möchte. Was darf ich dir denn in dein Fännchen tun, Ralf? Guck mal, wir haben da auch noch, da ist noch Speck, da sind noch Zwiebeln, Mais haben wir hier. Ja, gerne, mach mal kreuz und quer. Also, ein bisschen Speck möchtest du haben, sehr gerne. So, dann tun wir noch etwas Mais dazu. Mais ist für mich einer der Grundbestandteile bei jedem Raclette. So, zwei, drei Paprika, einverstanden? Ja, gerne, gerne, gerne. Und jetzt noch eine Scheibe Käse drüber, dann reicht mir das erst mal. Weil der Tag ist ja noch lang, wer weiß. Nachher, wenn die Kamera wieder aus ist, werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger sitzen bleiben. Weil Raclette macht mir richtig Spaß. So darfst du mir das geben. Und lass mal da vorne rein, dann können unsere Zuschauer mitschauen, wie der Käse so schön in sich zerläuft. Das ist natürlich spitzenklasse. Ist Ihnen auch oben die obere Gestaltung des Raclette-Grills aufgefallen? Wir haben einen Raclette-Grill zu Hause, der hat also nur eine antihaftbeschichtete Oberfläche hier. Vielleicht legen wir da auch einfach mal zwei, drei Stücke Fleisch drauf. Da drüben haben wir einen Schnitzel. Leg doch mal einen Schnitzel drauf. Na ja, zwei, drei kleine Stücke hier. Ach so, ja, wir können auch ein bisschen Geschnetzel das machen, genau. Wer hat die Stücken denn eigentlich so klein geschnitten? Ist doch immer wieder eine Diskussion, oder? Für den einen sind die Stücken zu klein geschnitten, für den anderen sind sie zu groß geschnitten. Und dann Striche sehen, wenn sie zu klein sind, nimmst du einfach zwei Stück davon. Und ein Kotelett möchtest du auch noch haben? Gerne. Legen wir es auch einfach mal mit drauf. So, das Brot schüttelt jetzt so richtig schön vor sich hin. Ich mag das deswegen so gerne portioniert, weil du das ähnlich wie bei einem Fondue dann eben auch sehr schön portioniert dann auf dem Teller hast und so weiter. Und das geht eben nicht so schnell. Natürlich kannst du ein ganzes Kotelett, ein ganzes Steak von mir aus auch auf den heißen Stein hier zum Beispiel legen. Aber so klein portioniert, ich mag das wie so ein bisschen Puppenküche. Das ist so ein bisschen Spielerei. Was ich schön finde an diesen Saftrillen, ist, das gibt ja auch das Muster auf dem Fleisch, wenn es dann angebraten ist. Das sieht richtig schön aus. Mal schauen, ob man schon sieht, was ich meine. Jawohl. Ah, guck mal, das geht schon los. Das sieht man schon. Und es geht auch ruckzuck, egal ob es auf dem heißen Stein oder auf diesem Rillengrill macht. Und es macht einfach Spaß, Rackele zu machen. Und auch da kann man sich natürlich viel Zeit nehmen und den ganzen Abend genießen. Was wir natürlich jetzt auch noch zeigen wollen, ist der heiße Stein. Dafür darf ich unsere Kollegin, die Sabine, mal bitten, mir eben das Öl zu reichen. Ich danke dir vielmals. Denn den heißen Stein sollte man vorher ein bisschen mit ganz normalem Haushaltsöl etwas einfetten hier, damit das Fleisch dann auch nicht kleben bleibt. Das reicht mir eigentlich auch schon fast hier. Und dann kann es auch schon richtig losgehen. Ein richtig tolles Raclette, was wir hier haben. Was ist das denn eigentlich hier für eine abenteuerliche Konstruktion? Das ist zum Aufklappen und dann, ich zeige es Ihnen jetzt mal andeutungsweise, meine Damen und Herren. So, hier können wir jetzt in jedem Winkel diesen Grill verändern. Das ist ja Hammer. Hier da in 180 Grad, also Kerzengerade steht, 90 Grad, wenn ich so ein Übereck will. All das ist möglich. Einfach die Arretierung, die wir hier hatten, raus. Und jetzt können wir, machen wir mal noch ein Stück, Sie sehen es. Und so kann ich jeden flexiblen Winkel einstellen, bis es ganz gerade ist und dann über die ganze Tafel geht. Ich mache es jetzt einfach mal wieder zusammen. Und da sehen wir es wunderbar, wie es aussieht. Wenn man das so auseinanderziehen kann, ist das auch für eine etwas längere Tafel doch absolut perfekt. Wie sieht dein Fähnchen aus? Ja, gleich fertig. Ich freue mich schon drauf. Schau mal hier. Jetzt sieht man es normal, so ganz normale Raclette-Grills normal kosten. Die liegen auch schon bei 70, 80 Euro. Und hier haben wir diesen wirklich Luxus-Raclette-Grill von Rosenstein und Söhne gerade mal für 66 Euro und 41 Cent. Ich finde das der Hammer. Natürlich haben wir rutschfeste Gummifüße, also da steht richtig sicher, damit da auch nichts passiert. Und ich drehe mal dein Fleisch noch um hier auf dem heißen Stein. Guck mal, das pappt ja gar nicht an. Siehst du? Super. Sehr gut. Was ich noch schön finde, ist, am Schluss gibt es ja immer die große Putzerei. Und da ist also wirklich so gemacht, dass es sehr, sehr einfach zu reinigen ist. Die Grillplatte und der heiße Stein sind einfach abnehmbar. Das verkneife ich mir jetzt, weil bitte warten mit dem Reinigen, bis es abgekühlt ist. Sonst gibt es richtig heiße Fingerchen. Aber das wissen Sie sicher spätestens nach dem ersten Mal, wenn Sie auf die heiße Platte gegriffen haben. Aber wenn es abgekühlt ist, ganz, ganz einfach zu reinigen. Dann wieder wunderbar zusammenklappen, in den Schrank stellen und sich auch das nächste Mal freuen. So, ich muss jetzt auch mal, wenn du mir hier sowas so vorschwärmst, wie gut das schmeckt. Dieser Original-Raclette-Käse, der ist es für mich. Wir haben es auch schon mit Gouda, wir haben es mit Tilsitter, wir haben es auch schon mit Scheibletten und alles Mögliche versucht. Aber der Original-Raclette-Käse, der ist es einfach. So, da kann man natürlich jetzt auch noch ein bisschen variieren. Man kann auch noch Kartoffeln dazu nehmen. Da steht noch welche neben, der sehe ich übrigens gerade. Ja, eben. Also ganz so, wie man es haben möchte. Das ist das Schöne eben gerade an Fondue und an Raglette. Man sitzt zusammen am Tisch, man kocht mehr oder weniger, in Anführungsstrichen zusammen. Man führt seine Gespräche dabei, so wie wir das machen. Man muss nicht dauernd in die Küche laufen, um nochmal Kartoffeln aufzufüllen, Nudeln aufzufüllen, Reis aufzufüllen oder sonst irgendwas. Es ist alles am Tisch. Es ist schön, es sieht einfach klasse aus. Und wenn Sie mal riechen können, es ist eine Schande, dass wir Ihnen den Geruch über den Fernsehapparat zu Hause nicht transportieren können, dann werden Sie sicherlich auch schon in Festtagsstimmung hier. Also Ralf und ich, wir genießen das ganz ordentlich. Und ich glaube, das Fleisch hier vorne müsste auch schon gut sein. Ich schneide es mal eben an. Ich sage Ihnen mal noch die Bestellnummer. Das ist die NC3482 und die 569 für unseren wunderbaren Raglette-Grill hier. Und der Preis 66,41 Euro. Das ist ein Genuss bei diesem Grill oder mit diesem Grill Raglette zu essen. Entschuldigung, aber das ist so lecker. Ich muss jetzt nochmal. Ich war wie immer etwas gierig. Aber lecker, richtig lecker. Da jetzt noch ein schönes, leckeres Glas Wein dazu, wie wir bei uns beiden hier. Ein schönes Glas Rotwein zum Beispiel. Auch für die Kinder vielleicht eine schöne Apfelschorle mit dazu. Und dann ist das einfach eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Es sieht klasse aus. Es schmeckt einfach nur fantastisch. Und für 18,91 Euro, ach so, das ist schon der Nächste hier. Für unter 70 Euro, der Raglette-Grill für 66,50 Euro, glaube ich, mehr als ein sehr, sehr interessantes Angebot. So, es schnuppert ein bisschen. Und das bleibt hier natürlich auch ganz gerne mal zwei, drei Tage in der Bude hängen. Ja, gerade auch, wenn du Knoblauch noch verwendest, was ja sehr lecker ist. Aber dann riecht die ganze Wohnung danach. Und dann sollte man irgendwas dagegen tun. Man kann Raumstree versprühen oder ähnliches. Aber wir haben, glaube ich, die bessere Lösung. Nämlich unseren Luftreiniger hier. Und der reinigt im Nu, ohne viel Krach zu machen, ohne viel Gedönsel, Räume bis zu 100 Quadratmetern. Und das gilt natürlich nicht nur für Knoblauchgeruch, sondern auch wenn Sie ein Haustier haben, zum Beispiel Katzen. Da ist ja oftmals das Katzenstreu, das man dann riecht. Oder sollten Sie in der Wohnung rauchen, auch das ist natürlich dann oftmals ein Geruchsproblem. Das kriege ich mit unserem kleinen Luftreiniger ohne weiteres in den Griff. Und das macht er deswegen so zuverlässig, weil dieses kleine Kerlchen hier mit der Zugabe von Ozon arbeitet. Stellen Sie sich Geruchspartikel bitte als Molekül vor. Das sind also einzelne Atome zusammen zu einem Molekül zusammengefasst. Und diese Zusammenfassung, die empfinden wir Menschen als unangenehm. Um es einfach auszudrücken, es stinkt. Wenn Sie aber dieses Molekül in seine Bestandteile aufspalten, und genau das tut Ozon, genau das tut unser Luftreiniger, haben Sie überall diese kleinen Partikel und die riechen nicht mehr. Das heißt, die Gerüche werden nicht übertüncht, sie werden schlicht und ergreifend in ihre einzelnen Bestandteile aufgelöst. Und das ist wirklich Spitzenklasse, weil es speziell gerade in der Küche, gerade wenn du mal mit Knoblauch kochst oder Zwiebeln oder wenn du mal einen Fisch oder sowas ansetzt, ganz gerne hier einfach mal müffelt. Das hast du irgendwo in der Wohnung drin, das kriegst du zwei, drei Tage nicht mehr raus. Und bei den Temperaturen reißt du auch nicht die Fenster auf. Wichtig auch für Allergiker, gerade wieder im kommenden Frühjahr, wenn wieder die ersten Pollen unterwegs sind. Und diejenigen, die Heuschnupfen haben unter Ihnen, wissen, wovon ich spreche. Und auch hier ist dieser Luftreiniger natürlich bestens geeignet, weil er zieht die Pollen raus, er reinigt die Luft. Und so ist für Sie, auch wenn Sie Heuschnupfen haben, ein viel freieres Atmen und eine viel höhere Lebensqualität möglich. Wie gesagt, so ein kleiner Luftreiniger für Räume bis zu 100 Quadratmetern. Und ja, für 18,99 Euro immer frische Luft in der Wohnung, das ist ja wohl günstig. Und wir sehen hier auch, wie ich da angezogen werde in diesem Einspieler. Und so passiert das mit den Gerüchen, mit den Düften, die Sie haben. Also Düfte jetzt in Anführungsstrichen eben Hund, Katze, Maus. Das alles hat ja so Eigengeruch und das filter ich alles ohne Probleme damit raus. Probieren Sie es einfach mal aus. Stellen Sie es auf den Herd, während Sie kochen. Und Sie werden gleich merken, wie die ganze Wohnung viel angenehmer riecht, weil es durch unseren Luftreiniger erheblich neutralisiert wird. 18,91 Euro. Das ist der Preis. Ab 12.12. wieder lieferbar. Also geht gar nicht mehr lang. Und drei Tage später ist er dann bei Ihnen. Das heißt, dass Sie im Weihnachtsfest wunderbar frische Luft haben, egal was Sie kochen. NC 5328 und die 569, das ist die Bestellnummer für unseren Luftreiniger. So, ich glaube, damit haben wir unsere Zuschauer speziell für die Feiertage und für den Jahreswechsel perfekt ausgestattet. Egal ob Raclette oder Fondue, der Luftreiniger sollte mit dazu. Und wir wünschen Ihnen schöne Feiertage. Vielen Dank.